Aufstellen von Abschiebungsbeobachtern, da gibt es einen richtigen Titel, wo man mehrere tausend Euro ausgeben möchte. Ja, ein weiterer Titel, der die grüne Klientel bedient, die grün-linke Klientel bedient, ist das Aufstellen von Abschiebungsbeobachtern, da gibt es einen richtigen Titel, wo man mehrere tausend Euro ausgeben möchte, diesen Titel wollen wir streichen. Hintergrund ist, man will gucken, wie Polizeibeamte ihren Dienst versehen, wie sie ausländische Staatsangehörige, die ausreisepflichtig sind oder vollziehbar ausreisepflichtig sind, wie man die aus Deutschland heraustransportiert. Da sollen also extra Leute eingestellt werden, die das beobachten. Wir halten das so falsch, Polizisten arbeiten rechtsstaatlich, sie haben Vorgesetzte, die passen auf, machen Fachaufsicht, da ist also eigentlich schon alles geregelt. Wir wollen solche unnötigen Kostenfaktoren streichen.